muss ich mich da wieder rüber teleportieren oder kann ich kann ich einfach so hätte ich wahrscheinlich eben auch schon gekonnt aber das ist jetzt da kommen sie aus den höhlen gekrochen proben bringt so ein bisschen todsinn nimmst den glitzer kam ja dass die jungs nicht so super sprechen das hatten wir ja schon oh nein oh nein ich will das nicht dankeschön was habe ich da denn gemacht war das das irgendwie habe ich die gerade ganz besonders angezündet sehr cool was aber nicht schon wieder wieso war das auch nicht weiß ich nicht keine ahnung aber das wichtigste ist ja auch dass ich sie kaputt bekommen und nicht dass es schön dabei aussieht das schwert noch also weiter das reißen wir mal ein hier ich glaube ich mache mir mal zum erdschild an und vielleicht auch ein eisschild wenn es denn recht ist die bombenschmeißer die müssen doch mal von mir gehen ich muss mich heilen keine bombenschmeißer auf dieser welt wollen kein terrorismos sind noch welche also das geht mir hier gerade schon ein bisschen an die substanz freunde kein eisschild und das schild erst mal das wieder aha die frieren sich aber schön selbst sein das sind immer ganz schön viele lassen die schilder weg machen und davon sterben die auch schon ganz gut aber blitz geht nun mal wo ich bin wieder eingefroren verdammt durch das schild hier an ach so ich weiß was es ist das ist hier ganz starb das ist der vier effekt ja richtig oh nein hatte ich noch die sehr gut ich möchte nee das wollte ich nicht ich möchte gern als starb wieder haben nehmen fast spalte ein ich will den starb ich will den starb geh hole ich mir gleich erst dann muss ich die da weg machen lenkt mich dann doch zu sehr ab oder die töten mich halt einfach wenn ich mir den starb wiederhole so jetzt könnten wir das machen nehmen sehr schön hier ein bisschen unruhe gestiftet da ist noch eine hier mehr unruhe für dich mein freund oder willst du lieber so weiße unruhe ich brenne jetzt bin ich nass und jetzt geht es mir wieder gut dann können wir ja loslegen hier äh ich glaube ich mach das mal so ja war wahrscheinlich besser wir wollen hier ja nicht in die luft fliegen braaa war doch gar nicht so schwer was nun setzt den weg durch die minen fort um den myrkursumpf zu erreichen dort findet ihr den grafen der euch gewiss bei eurer aufgabe behilflich sein wird gut also durch die minen ich brenne merkt das doch mal eher oh mit minenhelm äh achso was ich mal gerade probieren möchte ist der phoenix ach das geht wieder nicht weil wir drin sind ja hätte ich auch vorlauf kommen können hab ich mich wieder selbst gesprengt ich bin so clever äh gandalfs stab und das schwert auch wenn ich das schwert wie immer nicht viel benutze aber ich kann ja jetzt machen sind gar nicht so viele gegner da hast du mir gerade auf den hinteren gezeigt also dir und mir dann da mit deinen so geht das ja mal nicht freundchen ist das ein explosivfass schon aber es braucht nichts und ihr beiden auch nicht so der hat wieder ein schild das heißt erst das und dann machen wir mal das na los so für dich auch keiner soll sich hier benachteiligt fühlen und da äh können wir das anzünden so bist du auf einer erhöhten position hm vielleicht muss ich mich so nicht nein so nicht hab ich gesagt nein ich will erst das 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 so ihn teleportieren und jetzt feuer da hoch feuer da hoch äh brennt jetzt das fast gar nicht ab ich will den explodieren sehen da verdammt genau das hat ja doch funktioniert kann ich euch von hier aus ne scheint echt auf einer anderen ebene zu sein das kann das spiel nicht verarbeiten ach aber bomben könnte hier hoch werfen kann ich dann noch bomben runter werfen ja wenigstens geht das oh ja ich sag's gerade noch bomben können die hoch werfen und was mach ich nicht drauf achten und dabei sterben man 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 also echt äh ich kann mich teilweise echt super blöd anstellen haben wir schon gelehrt wollen wir nicht nochmal los schnell wir wollen ja heute noch ein bisschen weiter kommen hier manchmal ärgere ich mich echt das ist einfach so so blöde fehler die hier manchmal passieren die einen dann halt töten aber naja hier da wieder ist so ne bombe wenn ich jetzt nicht drauf geachtet hätte hätte ich mich wahrscheinlich wieder sonst wohin befördert die ewigen jagdgründe oder so hier auf den bogenschützen der will mich ja eh nur anzünden hat er wieder geschafft schild hier kein schild jetzt gehst du kaputt kommt mir nicht zu nahe sonst raste ich aus hier hier ich will nicht dass hier irgendwo rüber kommt und jetzt teleportation wieso kann ich denn das nicht kaputt einfach hier anzünden jetzt verbrennen verbrennen ja aber so war es dann ja gerade noch vertraffbar und was machst du komm schon äh ein Stäbchen nehmen Stab des Feuers durch Feuer und Flamme 100% garantiert der Stab ist gemeint Feuerresistenz Feuerimmunität Aura das hört sich doch ganz gut an hm ich fürchte wir müssen uns da jetzt wieder rüber teleportieren der hat noch so ein Schild in der Hand will ja niemand und und los äh untersuchen sieht wackelig aus das heißt ein Stein davor macht wackelige Dinge schön kaputt oh es ist so eng hier ich fürchte dass wir hier nochmal runterfallen werden äh kann man achso du bist sowas Machen wir mal das Licht an hier Fall oder stirb genau oh Spinnen die können ja gar nichts so so weit so gut würde ich sagen oder zumindest sowas ähnliches äh kann ich das mal bitte probieren und den Troll dann einfrieren genau das hatte ich vor äh ja ich brenne zwar aber dank des neuen Stabs macht mir das ja überhaupt nichts im Moment was ich ja echt äh äh gut heißen kann das kann man nicht anders sagen das gefällt mir wirklich sehr ja ein bisschen ein bisschen Feuerimmunität ich meine zünden die mich hier dauernd an oder ich zünde mich selber an hier aber ihr müsst einfach jetzt sterben mein Gott du lebst schon viel zu lange hier gefriere und jetzt geh kaputt oh Gott da hat mich die Explosion gerade fast aus dem Leben gerissen so was war daran denn jetzt so schwierig da ist wieder dunkel machen wir Licht an wir müssen bestimmt da oben lang dann ist hier vielleicht noch ein Secret sieht nicht wirklich nach einem Secret aus aber was ist das untersuchen scheint wackelig zu sein ach nicht mit Feuer was heißt denn das kann ich dich einfach auch ich kann aber nichts umschießen scheint wackelig zu sein voll um hm Mist hätte ich jetzt gerne umgeschmissen das Ding naja äh oh 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 da wäre ich fast runter gefallen weil die Kamera auf einmal stehen geblieben ist also wird hier wieder ein bisschen mehr gekämpft vielleicht sollte ich mich woanders hin teleportieren ja was ist das denn für eine leuchtende Spinne also schon klar es ist halt eine leuchtende Spinne aber warum ist die da aber dass sie sich gegenseitig verhauen finde ich doch ganz gut die Spinnen sind nämlich einfacher zu vernichten als die anderen Viecher ja so hm 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 da kommt noch einer für euch habe ich doch was hier so ein Ball teleport und nein oh nein wieder die oh ich lebe noch komme ich da her oh ja ganz knapp ganz knapp oh und ich bin auch fast tot so bist du der letzte ja jetzt kann ich die Kamera wieder bewegen schön bin ich nass gemacht so ey das sieht hier so dunkel aus ist hier noch irgendwas nicht wirklich ne na gut dann wollen wir halt so weiter gehen und hier durch die finsteren Minen ja wenn ich mich mal da rüber teleportiere ich weiß nicht ob das so gut war nein war es eindeutig nicht verdammter Scheiß wieso mach ich denn sowas nein 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 das ist ok hm nicht so gut würde ich sagen wir sterben in letzter Zeit jetzt aber häufiger es ist aber auch einfach weil das Spiel langsam aber sicher schwieriger wird naja ich glaube ich mach hier an der Stelle mal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann demnächst wieder viel Spaß noch bis zum nächsten Mal seht mal morgens bis zum nächsten Mal